Hallo liebe Bus und Bahn Fans, jetzt gibt es von uns mal wieder ein schönes Kurzvideo. Am Ende habt ihr die Möglichkeit, euch das Video in Original Länge anzuschauen. Sicherheit 10-Mei, lassen Sie Ihr Gesee nicht unbeaufsichtigt. Ablauf zu bewegen, lassen Sie Ihr Gesee nicht unbeaufsichtigt. Ablauf zu bewegen, halten Sie Abstand von der Fahrradkarte und regnen Sie Ihr Gesee im Bereich erst nachhaltigem Kuh. Ablauf zu bewegen, lassen Sie Ihr Gesee nicht unbeaufsichtigt. So, jetzt sind wir auch leider schon am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, kommentiert es, wir antworten euch persönlich. Und wie das mit dem Abo geht, das wisst ihr. Jetzt am Ende habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine Playlist anzuschauen. Ein von uns empfohlenes Video. Und wenn ihr in die Mitte klickt, seid ihr direkt in unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.